Die Bogners sind Pioniere des Skisports seit 1932. Zum 90-jährigen Jubiläum hat die Firma Bogner einen Ski entwickelt, der die Tradition alter Bauart mit moderner Technologie verbindet. Dies ist der Original-Wettkampf-Ski von Willi Bogner Senior, den Firmengründer, den er bei den Olympischen Spielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen benutzt hat. Der Ski hat mir so gut gefahren, hat mir so fasziniert, dass ich dachte, ich muss damit unbedingt einmal in den Schnee und damit fahren. Ich habe das dann auch getan, um ganz einfach das Gefühl zu bekommen, wie es den Leuten vor ca. 80, 90 Jahren beim Skifahren ergangen ist. Dann dachte ich mir, es wäre doch wunderbar für 90 Jahre Bogner, diesen Ski neu zu interpretieren und umzusetzen mit moderner Technologie. Und das ist gelungen mit diesem Ski für 90 Jahre Bogner. Grüezi. Servus Dano, Servus Andi. Ich bin Dano. Ich bin Andreas. Und zusammen sind wir Gründer der Timber-Ski-Manufaktur. Die Konstruktion vom 90-Jahr-Bogner-Ski haben wir ganz speziell gewählt, weil Frank in einem Jahr mit einem ganz speziellen Wunsch zu uns gekommen ist. Und damit wir das realisieren konnten, hat es eine ganz spezielle Bauweise verlangt. Und somit haben wir mit Bambus und herkömmlichen Know-how die Sendwisch-Konstruktion den neuen Ski zu bauen. Nachdem die Materialien auf Ihr Format zugeschnitten wurden, verleimen wir uns im ganz speziellen Verfahren den Kern aus Bambus. Und sobald der Ski aus der Presse herauskommt, geht er weiter auf die CNC. Auf der CNC wird er ganz speziell überfräst, damit wir die gewünschte Optik erreichen können. Anschliessend wird er von Hand geschliffen und belagseitige Struktur darauf gemacht. Die Seitenkampen geschliffen, bindig montiert und ab und beistet. Der Ski hat eine Racecarver-Tallierung. Das bedeutet, dass wir schon einen sportlichen Fahrer brauchen. Er hat einen Eisgriff, der ist sensationell. Das ist wirklich ein Wolf im Schafspelz. Das Produkt lässt sich nicht nur sehen, sondern auch sackrisch gut fahren. Da kann einer etwas und das ist der Ski.